Zu Besuch bei der Oma, mit der wunderschönen Aussicht, aufs Tabachtal. Die, die die Märchen nicht genießen können. Nee. Und Nami leider auch nicht. Hallo. Hallo, was ist das für eine Popo? Ja, was macht ihr denn? Lass sie sie laufen? Ja. Haja, die können ja wissen, sie sich einbuddeln. Nee, hier sind sie, das reicht. Ach so, ich dachte, du lässt sie richtig laufen. Da würde ich sie dann nicht mehr kriegen. Vor allem die Meerschweinchen nicht. Und Nami könnte da hinten in der Ritze runterfallen. Was machst denn du da? Eul. Ein Bad nehmen. Oh Mann.